Oh, Kuzin. Klar, schleicht jetzt. Jetzt ist Schleichen wichtig. Jackpot. Bildübertragung. Siehst du das, Kat? Bestätigt. Empfange Leitbilder von Noble 3 und Noble 6 von einem Allianz-Sturmtrupp. Das ist kein Sturmtrupp, das ist eine Invasionsarmee. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sofort handeln. Korrekt. Alle Spieltruppen zurückziehen. Die Sonne geht bald auf und es wird ein langer Tag. Oh, das heißt wir gehen jetzt direkt in den Frontalangriff? Die Entdeckung des Nose-Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt gehen wir auf dem Vieri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfall-Tlan-Lindler und Kontern an allen Fronten. Das Noble-Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert, deren Ursprung ist noch unklar. Boah, voll drauf zu. Schießt hier noch keiner. Die Sensor wartet nur auf uns. Verstanden. Lisiere den Pylonen an. Detonation in drei, zwei... Jetzt! Achtung! Haltet euch lieber fest! Oh, Scheiße! Sechs, hörst du mich? Sechs, alles okay? Ich kann die Hilfe gebrauchen haben. Kein Ding. Oh, dann hat der... Oh, scheiße. Sechs, Statusbericht. Was haben die eigentlich auf dem... Genau. Was die Geschützer eigentlich irgendwie übernehmen? Achtung, Cut. Gibt's ja auch noch. Ja, das war das Schlau, Kollege. Gibt's ja auch noch. 145. War's ein guter Freund. Ja. Er hat bestimmt eine Ahnung. Okay, jetzt hier Meduzin. Meduzin, Meduzin, Meduzin und Meduzin, 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 ich brauch Meduzin. Und. Kriegen wir das kaputt? Neutralisiere sie, Söcker-Schütze. Ja, das ist okay. Neutralisiere sie. Neue Info 6. Normale Waffen haben keinen Effekt auf die Flax. Oh, danke. Sie sollten die inneren Windstoffzellen neutralisieren, Lieutenant. Das ist das, ne? Schuss. Zentrale 254. Erlaubnisbombardement zu starten. Kurs auf 224,6. Over. Woah. Sehr gut, 6. UNSC Luftunterstützung. Der Luftraum ist frei. Verstanden, 254. Erlaubnisbombardement für 224,6 erteilt. Aus. Ja, wieder haut er ab. Ich weiß es nicht. 6, nimm die Südstraße und verschallt hier einen besseren Weg auf die Gruppe. Die Minam-Punkt. Sohn kommt. Ja, wieder haut auf. Was. Ja, wirklich. Spannungsvolle ein. Schwierbar. Wär. Ah! Hm. Mr. Im. Da ist kein Spiel, hör nach. In-Dun. Du Sack, Brunner! Hätten wir. Was ist jetzt mein Auftrag? Steig auf! Geht das überhaupt? Warte. Los, machen wir einen Weg rein. Das war gute Arbeit, Team. Was ist jetzt? Was ist jetzt dein Konfer? Das ist dein Konfer. Wenn du da bist, gibt es ein Konfer. Du bist das Konfer. Du bist das Konfer? Du bist das Konfer. Du bist das Konfer. Was? Dann kommen wir nicht von hier? Ja, Tatsache. Hä? Wow! Was? Das ist der Kugel. Das ist unser Kugel. Das ist nicht so. Das ist der Kugel. Das ist der Kugel. Die Schlagekasse ist perfekt. Global 6, in deiner Nähe ist eine Bergbauanlage, die die Allianz als Kommandostation nutzt. Die Soldaten dort haben bereits angegriffen. Neue Information. Verbündete nahe der Allianz-Station haben ein hochrangiges Ziel gesichtet. Einen Zeloten. Augen aufs Ziel, Noble. Erledige den Zeloten, falls es sich ergibt, aber geh weiter zu den Kuppeln. Als der sich ergibt? Ed, warte doch! Die Schlagekasse ist gut. Die Schlagekasse ist gut. Feuer! Die Schlagekasse ist gut. Es ist vorbei! Was mit der Allianz? Was mit der Allianz? Was mit der Allianz? Die Schlagekasse ist gut. Und wer hat einen Verkauf der Allianz? Das ist scheinbar. Die Schlagekasse ist gut. Das ist nicht so nett. Das ist nicht so nett. Ups, also die Steuerung, da muss ich mich wirklich noch dran gewöhnen, als Controller-Gamer. Der haut ab, oder? Ich glaube, das gehört zur Story, dass wir den jetzt verfolgen müssen. Die beiden nähern sich schnell. Alles sauber. Ah! Nein, nein, nein. Da oben war noch ein Fahrzeug, ne? Okay, den Raketenwerfer checke ich noch nicht so richtig, aber schon okay. Wo ist das? Ah, auf der Seite. Bad? Gute Arbeit, Cat. Scans zeigen ein weiteres Allianz-Flattenschütz voraus an. Ich will, dass du das Geschütz neutralisierst, ganz egal wie. Oh, oh. Ich dachte, er dreht sich gar zu uns. Hm, tschuldigung. Mit, mit deinem doch. Bitte. Aber jetzt wird das nicht so gut anzeichen. Jetzt sollten wir das als erstes machen. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Was ist das? Nicht ausgereicht, oder? Das war nicht gut. Ist der Panzer noch aktiv? Verdammts! Überall steht irgendwas! Verdammts! 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 Willst du mit, Spartan?